Ich soll ihm den Bernstein liefern. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Denn irgendjemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Das wusste ich. Hat er es akzeptiert. Bis jene nahm in Raccoon City. Alles veränderte. Ich bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Okay. Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. Ich bin draußen. Was ist das? Das ist gut. Oh, no! Oh, please, they're dead man. Was für ein Empfang. 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 Und es ist nichts. Was für ein Empfang. Ah! Was ist das? Was ist das? beeindruckt beeindruckt hey fremde was kann ich dir anbieten interessanter ort für ein geschäft fremder tja und interessante ware na dann unser erstes geschäft ich bin sicher es wird ein unvergessliches ereignis willkommen habe auch noch ein paar andere sachen auftreiben können ich kaufe fast alles so Ein hervorragender Deal. 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 Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Na dann, geh und misch sie auf. Ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Saddler, der Anführer des Kultes. Was? 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 Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017